Hallo? Hey, was geht? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du herkommen? Ich kann nicht. Ich kaufe eine neue Rüstung. Dann beeil dich und komm rüber. Ich kann sie nicht finden. Was soll das heißen, du kannst sie nicht finden? Ich kann sie nicht finden. Hier ist nur Schwefel. Was soll das heißen, da ist nur Schwefel? Das heißt, hier ist nur Schwefel. Dann geh aus der Schwefelabteilung. Okay, okay, du musst mich nicht anschreien. Hier ist mehr Schwefel. Was soll das heißen, da ist mehr Schwefel? Es heißt, hier ist nur mehr Schwefel. Geh in die nächste Abteilung. Hier ist immer noch Schwefel. Wo bist du gerade? Ich bin beim Schwefel. Was soll das heißen, du bist beim Schwefel? Das heißt, ich bin beim Schwefel. In welchem Geschäft bist du gerade? Ich bin im Schwefelgeschäft. Warum kaufst du eine Rüstung im Schwefelgeschäft? Fick dich!